Hallo und herzlich willkommen bei Catclaw Kampfkunst. Ich möchte hier gerne Videos veröffentlichen zum Thema Kampfsport, Kampfkunst und Selbstverteidigung, sowie zum Kämpfen mit Polsterwaffen im Lab. Warum möchte ich das tun? Nun, Kampfsport und Kampfkunst haben mir in meinem Leben sehr, sehr viel gegeben. Ich mache das jetzt seit fast 29 Jahren und ich möchte das hier als Gelegenheit nutzen, etwas zurückzugeben. Wie möchte ich das tun? Ich möchte meinen Kanal in drei Themenbereiche aufteilen. In Lab, in Hebeltechniken und Catclaw. Im Themenbereich Lab passe ich Techniken aus realen Kampfkünsten so an, dass sie dem im Lab üblichen Regelwerk und die Beschaffenheiten von Polsterwaffen entsprechen. Diese Videos richten sich dann vor allen Dingen an andere Laber, die daraus hoffentlich das ein oder andere mitnehmen können. Hebeltechniken. Hebeltechniken haben mich die letzten 29 Jahre sehr fasziniert. Damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt und dazu habe ich auch einiges zu erzählen. Diese Videos richten sich vor allen Dingen an andere Kampfsportler und Kampfkunstler, die mit Hebeltechniken arbeiten. Catclaw. Vor ungefähr sieben Jahren habe ich mich gemeinsam mit einer Freundin auf die Suche nach meinem eigenen Stil, meiner eigenen Kampfkunst gemacht. Das Catclaw befindet sich zwar immer noch in der Entwicklung, aber es gibt bereits erste Ergebnisse, die ich gerne vorstellen möchte. Diese Videos richten sich an alle Kampfsport, Kampfkunst und Selbstverteidigungsinteressierten. Das Wissen auf meinem Kanal ist frei verfügbar. Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass Kampfsport, Kampfkunst und Selbstverteidigungstechniken nur unter Aufsicht von fachkundigen Personen unterrichtet und trainiert werden sollte. Wir regelmäßig werden auf meinem Kanal Videos erscheinen. Da ich das nebenberuflich mache und vor kurzem Vater geworden bin, lautet die Antwort schlicht unregelmäßig. So, und für all diejenigen, die bis jetzt immer noch nicht gelangweilt abgeschaltet haben, vielen Dank fürs Zuschauen.